Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Entschuldigung, hab mich vertan. Wir sehen dich essen. Herzlich willkommen essen. Ich freue mich riesig, dass ihr so zahlreich da seid. Trotz brühender Hitze habt ihr es geschafft, euch hier zu versammeln. Und ich habe schon ein paar Fans gesehen hier. Schlager-Fans, Pop-Fans und Leute, die einfach Bock haben auf ein geiles Event. Genauso wie ich. So wie das hier läuft. Im Pott. Ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen. Schlager-Meets-Pop von Sonnenklar-TV. Mit sehr großer Unterstützung von den Mitra-Hotels. Ich finde, es ist ein richtig geiles Event geworden. Und ich möchte alle, die Bock haben auf Schlager, jetzt bitten, nach vorne zu kommen. Ihr hier auf der Seite, kommt mal nach vorne. Ja, du auch. Komm mal, bitte. Ja, nee, da brauchst du nicht. Du stehst schon ganz vorne. Weiter vorne geht nicht. Hier, kommt ihr mal. Du. Können Sie bitte mal. Ja, weiter. Wunderbar. Und jetzt müssen wir eine wichtige Sache machen. Das muss man immer machen. Wir sind nämlich im Fernsehen. Ihr merkt schon, hier wird gefilmt. Und deswegen möchte ich bitten, das wird live im Fernsehen übertragen, die hässlichen Leute vielleicht ein bisschen nach hinten. Du kannst bleiben. Näher, näher, hast du gesagt. Ja, du kannst bleiben. Du auch. Du kannst du mal kurz ein bisschen, ein bisschen. Ja. Ne, Leute, jetzt müssen wir mal applaudieren. Lasst mich doch mal was hören, denn gleich geht es hier richtig ab. Und ich will, dass ihr warm seid dafür. Sonst kriegt ihr Sehnenzerrung in den Händen. Das ist alles unangenehm. Ich zähle bis drei und dann will ich den lautesten Applaus hören, den ihr raushauen könnt. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Kommt schon. Da, ihr. Du klatscht nicht. Kommt. Hoch die Hände. Hoch die Hände. Ich weiß nicht, das geht noch lauter. Ihr kommt noch ein bisschen näher. Guck mal, ruhig rein. Hier geht es gleich richtig ab. Ihr kriegt die Musik genau ins Gesicht. Das ist der Hammer. Und ihr auch. Von da drüben links. Da, der Stehtisch. Könnt ihr noch laufen? Stehen geht noch, ne? Ja, komm rüber. Komm rüber. Richtig. Wo ist denn dein Verband? Hör mal. Ist abgefallen. So, Leute, dann nochmal. Jetzt aber richtig Gas. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Kommt schon. Kommt, kommt. Ihr da hinten. Am Bierstand. Mit den Bläsern. Mir egal. Macht Reha. Na gut. Pass auf. Leute, heute gibt es eine ganz besondere Sache. Direkt zum Kick-Off des Events. Das wird der Hammer. Unser Sonnenklar-TV-Moderator Jan Kunert hat das absolute Brett hingelegt. Ein Schlagersong namens Sonnenklar. So was habt ihr noch nicht gehört. Schnell mal ein Sprung, eh nicht. Der dritte Tag. Über 1000 Downloads. Ich sag euch, das Ding schlägt ein, dass der nächste Mega-Hit, den hört ihr bald nur noch am Ballermann. Haltet euch fest. So, jetzt muss ich mal gucken. Sind die denn schon bereit? Aber lassen wir uns mal machen. Also, unser Sonnenklar-TV-Moderator Jan Kunert mit seinem frisch gebackenen Schlagersong Sonnenklar und jetzt ein Riesenapplaus, denn jetzt startet das Event. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Auf die Sessel! In jedem Moment denk ich an dich. Ich geh zu, es hat mich voll erwischt. Aber so, aber so, aber sowas von, aber sowas von, nicht eine Sekunde, die vergeht, die sich nicht um mich dreht. Aber so, aber so, aber sowas von, aber sowas von. Als du überkommst, fand ich mich verliebt, verliebt in dich. Als du überkommst, fand ich mich verliebt, in dich. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Denn ich kann man einfach, oh, einfach nur lieben. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Aber so, aber so, aber sowas von, aber sowas von, aber sowas von. Als du überkommst, fand ich mich verliebt, verliebt in dich. Als du überkommst, fand ich mich verliebt, in dich. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Denn ich kann man einfach, oh, einfach nur lieben. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Ich mach deinen Himmel sonnenklar und jeden Traum mal eben wahr. Willkommen zu unserem Mega-Event Sonnenklar-TV hier auf der Markettenhöhe. So heißt es genau in Hessen. Freue mich, dass ihr alle da seid und das bei diesen Temperaturen. Aber wenn ihr natürlich die Ankündigung verfolgt habt, fehlt hier oben ein Mann. Ja, und für mich ist es eine ganz große Ehre, mit ihm heute Abend hier durchs Programm zu führen. Er ist eine Legende im deutschen Fernsehen. Und heute Abend ist er hier. Hier ist Harry Weidfurt! Dankeschön. Habt ihr mein niegelnagelneues T-Shirt gesehen? Rotweiß Essen, Freunde. Da gibt es nämlich was Neues zu berichten. Wenn man bestimmte Reisen bucht, bekommt man zwei VIP-Karten für irgendein beliebiges Spiel, was man selber sich aussuchen kann. Aber super, ich finde Rot-Weiß Essen super. Also Sonnenklar-TV und Rot-Weiß Essen gehören einfach auch zusammen. Ich muss jetzt, Jan, ich muss jetzt was machen. Du hast auch schon gut drauf, ne? Für 17 Euro, wirklich stark. Ich finde das klasse. Puppertaler Uhrensöhne. Uhrensöhne. Ja, ich hab den Chef von Sonnenklar versprochen. Der hat gesagt, übrigens, der Jan singt heute und ich möchte, dass du auch singst. Der hab ich gesagt, ja, aber ich bin gar nicht vorbereitet aufs Singen. Und er hab gesagt, weißt du was, Andreas Lambeck, für dich werde ich singen. Servus, voll Gott und auf Wiedersehen. Diese Musik gehe ich jetzt heim. So, das hast du davon, Andreas. Ich hab gesungen und jetzt krieg ich dafür 100.000 Euro Gas. Heute hat er gesagt, du weißt es, es wird so gut bezahlt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf der Margaretenhöhe zu unser großes Event. Schlager trifft Pop. Jetzt lasst uns eben mal kurz arbeiten und wenn dann die Musik laut ist, darfst du mitsingen. Okay? Dankeschön. So soll's sein. Und jetzt ist es folgendermaßen. Wir haben ja ein ganz tolles Programm. Zum Beispiel. Also ich bin ja ein ganz großer Fan, wenn ich schon den Titel Gespensterstadt höre. Ja, Christian Anders heute Abend hier. Und wenn ich dann diese herrliche Stimme von ihm höre, wenn er dann singt, wehle dry, 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 Graham Bunny. Ja, und wir haben noch einen weiteren Weltstar eingeladen, der sich auch schon mega freut. Und da war hier schon ein Riesentrubel eben bei den Proben am Nachmittag. Heute Abend auf dieser Bühne, Johnny Logan. Und wenn es dann aus unserem Lautsprecher klingt, wo es denn da heißt, zu verkaufen, ein schneeweißes Brautglied, Jürgen Remford. Und eine sensationelle Nachwuchsband haben wir hier, aber es ist ja mittlerweile gar keine Nachwuchsband. Ja, die Jungs sind jetzt auch bei einer großen Fernsehsendung unterwegs. Schlagersuchtliebe, sie sind toll. Wir sind mittlerweile sehr gut mit den beiden befreundet. Und ich freue mich, dass sie heute natürlich auch hier vorbeischauen und essen. Die Jungs von Neon. Und eine Gruppe, die ich auch schon seit über 30 Jahren begleite. Und zwar gar nicht so weit weg von hier kommen aus Bochol. Die Gruppe Wings. Lass die Sonne in dein Herz, gell? Lass die Sonne in dein Herz. Oh, folglich schon mega drauf. Ein toller Abend, tolles Wetter. Seit einiger Zeit haben wir uns ja wettertechnisch auf diesen Tag auch vorbereitet. Absolut, absolut. Wir wissen jetzt alle, wie warm es ist. Und für mich ist es sowieso ein ganz heißer Termin, weil wir haben ja auch heute das große Single-Treffen hier. Da freue ich mich sehr, denn es ist ja mittlerweile überall bekannt. Ich bin Single. Und da hat der Chef von Sonnenklar gesagt, da müssen wir was tun. Und wir bieten jetzt mit unserem 24-seitigen Katalog ein Single-Reisenprogramm an, wo man kein Einzelzimmerzuschlag bezahlen muss. Und das ist natürlich für Alleinreisende sehr, sehr wichtig. Und wir haben natürlich jetzt auch eine Facebook-Gruppe, die da heißt, Alleinreisen gemeinsam erleben. Yes. Und da haben wir auch schon über 2000 Leute. Und wir haben aufgerufen, kommt heute hier, trifft den Harry. Dann lernen wir uns wenigstens schon mal alle kennen. War denn jemand da? Es war ja schon was um 16. Alles hier, da. Hey. Ah, da sind die jungen Dinger. Auch sind auch ein paar Männer dabei. Finde ich aber auch super. Meine Damen und Herren, dieser Abend oder dieser späte Nachmittag und Abend wird möglich gemacht durch die Organisatoren. Das sind die Mintrop Hotels und Sonnenklar TV. Wir werden auch einen Tombola haben, da werden wir später noch drauf zurückkommen. Da gibt es... Ja, schon wieder. Warum ist immer einer dabei? Weil egal wo man ist, in Berlin, in Essen, in München, einer fällt aus der Rolle. Es ist unglaublich. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen es uns nicht vermiesen. Wir werden gleich hier ein Band hören. Meine Damen und Herren, das sind Künstler. Das sind richtige Künstler. Die haben das mit dem Musikalischen total drauf. Wenn man denen hört, dann glaubt man, dass man seinen Lieblingsradiosender eingeschaltet hat. Denn sie spielen wirklich alle so perfekt. Da kommt die richtige Freude auf. Und ich sag Ihnen mal so ein paar Namen. Ruth, Hannes, Zaria, Dustin, Ann, Henrik, Geo, Vanessa, Chantal. Das ist Ihre Besatzung. Sie werden sie jetzt gleich genießen können. Haben Sie Freude. Für Sie hier. Lachs. Unter anderem auch einer der Gewinner vom RTL. Supertalent am Mikrofon. Freuen wir uns riesig heute Abend drauf. Also, Harry, du darfst die Band jetzt natürlich raushauen. Und dann starten wir in eine grandiose Nacht hier auf der Markredner. Wir haben richtig Bock drauf. Los geht's. Gut, und jetzt geht's los mit die Lachs, die Radio Band. Viel Spaß. Ladies and Gentleman, Ruth von Conner proudly presents for your pleasure die Sonnenklar TV Band Deluxe. The Radio Band Band. Are you ready for the greatest radio hits ever, ever? Let's get this party started. Life for you on stage. Die Sonnenklar TV Band Deluxe. The Radio Band. The Radio Band. Die Sonnenklar TV Band. This is the end of the rainbow. When no one can be to say. No, I don't want to leave, but I'll ask you to move in ahead. Cause my life belongs to the other side. Behind the great ocean's waves. Bye-bye. Hollywood hits. I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back. They want these streets again. Bye-bye. Hollywood hits. Bye-bye. Musik 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 Musik